Ich werde den Hufenzorn umbringen. So, grüße euch zu Parkway 3, Folge 8. Jetzt geht es hier euch wie ein Unterschlupf, würde ich mal sagen, am Strand. Aber ich weiß noch nicht, wo lang. So viel habe ich auch noch, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen und weiter zu fighten. Gut. Wollte ich sagen, schlüpfen wir uns mal rein. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Kenn ich gar nicht. Ich erfahre hier drei schon so lange. So, was wird mich jetzt hier erwarten? Hört sich sehr ungesund und gräblich an. Mäuschen, Mäuschen. Ah, die haben sich hier ausgetobt. Ähm. Jetzt bin ich schon mal hier. Achter hoch. Was, was, was? Schlange? Da, 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 da. Gut, Schlange kann man nicht abnehmen heute noch so. Guck, da kannst du dreimal das Geld nehmen. Und doch ist es zu wenig. Puh. Was erwartet mich jetzt hier? Hier bin ich gerade hergekommen. Hier müsste ich jetzt hin. Na, am besten kriege ich Geld für meinen Job. Das ist schon mal was wert. Alles voll. Ach, da hinten. Ja, ich kenne dich gar nicht hier, den Unterschlupf hier unten drunter. Diesen Bunker. Ist auch ziemlich ruhig. Kann man nicht mal halten, oder so? Gut, mal nachladen. Alles für die Schlange. Was, Checkpoint? Jetzt müsste was passieren. Hier rein. Vielleicht gibt's auch noch was. Gehen die nur einen Weg, wenn's zwei hier gibt, gell? So, aber das hat mich geschossen. Ich trau mich gar nicht hoch. Okay. Ich kann aber sehr lange Luft enthalten, ne? Da. Das State Aner. Das ist echt guselig hier. Mann, ich kann das echt gar nicht. Gleich löschen. Und die Technik-Moletoffs her. Das gibt's doch nicht. Gleich unter Wasser plundern. Drei Dollar sind drei Dollar. Ey, heilen, 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 heilen. Geht nicht. Komm, ich heile nicht. Doch, jetzt. Was ist denn hier los? Ey, warum lass ich mich da unboxen von denen? So, Vorsicht. Ich hab' das Schwein. Na, schön, wie sie sich selber abfackeln. Chöten. Gut. Jetzt wird gelootet. Alles mitnehmen. Nein. Das gibt mir eine leichtere Waffe, bitte. Genau. Gut, hier könnt ihr nämlich auch noch ein bisschen was finden. Ah. Da ist was. Ich lass' nichts hier. Krieg ich im nächsten Kampf alles wieder gebrauchen, ne? Da haben wir's hin, da geht's gleich wieder raus. So wie's aussieht. Sieht aus, sieht aus noch wie ein Stück Freiheit. Oh, altes, ersetztes Schiff. Ne, U-Boot. Den wissen wir das. Kann ich gar nicht identifizieren. Ach doch, ich glaub schon im U-Boot. Ah, da ist nix mehr. Oh, mein Rucksack ist voll. Okay, dann los. Was dann los? Ich finde den Höhen- ... ... ... ... ... ... ... ... wo ich gerade rauskomme. Oh, la, 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 la. Schön ruhig. Warte jetzt. Uh, ist gut. Wir wollen. Nein, keine neue Waffe nehmen. Was bist du? Gut, da durften schon mal keine Soldaten dahinter sein. Oh, mein Herz. So kann ich ja nicht Geld nehmen. Wenigstens. Oh, da winkt man nochmal. Gut. Also hier dürfte auf jeden Fall nichts mehr dahinter sein. Was? Das weiß ich, dass ich will, dass ich brauch. Jetzt hab ich dich. Was, die Daffen würd ich gern mitnehmen. Komme ich denn bitte auf meinen Rucksack? Ah. Ah, Beuterrucksack. Gucken wir mal, was wir loswerden können. Grüner Pokerchip. Gut. Leder. Leder. Einfach nur Leder. Ah, scheiße. Jetzt hat ich mich gebissen. Jetzt wie. Ist ja gut, ist ja gut. Hoch, runter. Oh, du scheiße. Wie, Alter. Mensch, ich brauch, der Beuterrucksack ist so voll mit Müll. Lederbrieftasche. Gut. Gucken wir mal, was wir noch Krokohaut brauchen. Leder. Ich glaube, wir brauchen zweimal Leder. Weiß noch nicht bei was. Gut. Grünes Blatt. Das war das. Waffengurt. Hirschfeld zweimal. Warte, Waffengurt. Brieftasche. Haihaut. Okay. Euterrucksack. Zutat, die bei einem Pfad des Jägers Aufgabe gefunden wurde. Zutat. Fell des unsterblichen Bären. Das wird noch kommen, vermutlich. Spritzentasche habe ich, glaube ich, auch schon fertig, oder? Leopardenfell. Gut, brauche ich die anderen Fälle erst mal nicht mehr. Ach, das ist das. Das ist das Teil, was ich gefunden habe. Im Boot. Im Schiff. Auch im Boot. Im Schiff. Oh, ich mache es. Ich glaube, hier finde ich diesen Dolch. Wenn ich immer hier bin, könnte ich mal ein bisschen lukbern, oder? Zeit, Zeit, Zeit. Ich muss bestimmt auf den Vorsprung. Zwei Schalter, einfach. Die Stange sieht verrottet aus. Hast du? Gut, was habe ich jetzt gekonnt? So, hier ist schon mal nichts. Ich muss draußen was ausgelöst haben. Ist da noch was? Was soll ich jetzt hier hochkommen? Was habe ich übersehen? Das grüne hier? No. Hab das doch nicht umsonst da aufgemacht, da drüben. Also was zu bedeuten haben, ne? Was hat das zu bedeuten? Puh, wer auszuwenden? Soll ich mal sprengen? Nö. Das war Höhlenhunde, oder was? So, gut. Gedanken machen. Such dir eine Ranke. Binde einen Weg, um die Schatzkammer zu erreichen. Okay. Ich bin ja hier reinhüppen. Boah. Da ist noch was. Ah, hier muss ich noch was aktivieren. Ach da. Guck einen rein. Das sollte funktionieren. Gut. Zwei Dinge eingestattet. Rechts, links. Das hat nichts mit hier zu tun. No, no, no. Ah. So, hab ich vor... Ach, das Wasser ist gestiegen. Schau einer an. Schicke Ruine. Das ist das zweite Teil. Na klar. Scheiße. Aber erst können wir keiner folgen. Das war eigentlich schon mal ein gutes Zeichen. Boah, was ist das schlechte Zeichen? Gut, jetzt hier nicht. Boah, der Rucksack ist voll. Ja, es ist nicht mehr ein bisschen, dass der voll ist. Ach du heilige Maria. Okay, schön langsam. Boah, war sowas von. Boah, ist grad eingestürzt. Ayowakaka. Sunlight. Geil. Doch, schau rausgekommen. Hm. Das ist doch Spaß. So, das ist das zweite Teil. Du bist noch drittes. Das soll ich nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte. Aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, huh? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitt dich mit Keith. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Cool. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Gut. Und der Kompass bringt mich jetzt euch wohl zu. Ah. Ja. Gott, was aufschreiben. Gut. Wohin das Weg? Wallern die schon wieder. Das gibt es doch nicht so, wohin das Weg ist. Jetzt mal schauen, wo ich überhaupt bin. Ich bin... Da muss ich hin. Zu Buck. Gut. Wo ist meine Wenigkeit? Ach, hier. Das Stück kann ich laufen. Das ist alles erledigt. Ich komme hierher. Das ist alles erledigt. Brauche ich nur noch einsammeln. Luxus. Luxus. Dafür bin ich gemacht. Cool. Die brauche ich doch, die zwei. Und wieder was lernen. Beutrucksack. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen euch was lernen mache. Mord holen. Ach, es geht einfach nur um. Verschwinden lassen. Verschwinden lassen. Ach, hier kommen wir wieder rufen. Leopardenfell. Ich hau mich weg. Die liegen hier vor meiner Nase. Ich wollte heute noch auf die Jagd gehen. Cool. Das nenne ich mal Schicksal. Weiter der Spritze. Feld des schwarzen Pandas. In Besitz 0. Ba, 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 ba. Kommt dann jetzt später noch. Alles klar. Zwei Leoparden, die ich nicht besiegen musste. Nicht bekämpfen musste. Sprich mit Buck. Ja, ich bin unterwegs. Ich müsste doch mal ein paar Nebenquests machen. Das ist Knoten hier. Genwie ein Böhr. Das hat Genwie ein Bär, was ich brauche. Da ist ein Chitrier. Mehrer Chitrier. Gut, noch eins. Na, was, Alter. Ich hab grad drei hier gesehen. Ah ne, hier war's nicht Hirschwell. Das war ein Hirschwellgesprach, ne? Hi. Waffengurt. Hörschwell, da klaut. Da war's noch eins. Ich hab eins noch. Keine dritte Waffe mir besorgen. Hörschwell, da war's noch ein Böhr. Hörschwell, da war's noch ein Böhr. Hörschwell. So, starker Waffengurt. Hai haut. Jetzt brauch ich viele Hai heute. Aber jetzt kann ich mir die nächste Waffe besorgen. Das ist gut. Gut. Ab zu heut. Ne, nicht zu Buck. Zu Buck, zu Buck. Ach, ich war noch nicht auf den Turm hier. Punktturm. Warte mal, ich bin näher am Buck dran. Das können wir abhauen. Ich hab euch. Was bist du denn? So, was bist du denn? Was? Mensch. Na. Ekelhaft. Ziegenfell. Ekelhaft. Na, kann man. Macht euch dünne. Sind's nicht die Menschen, sind's die Tiere. Oh, ich muss mir... Oh, so viele Diamanten. Was ist ja los? Wie, du Schätze. Gold. Komm. Ich brauch Geld. Ist das nicht zu knapp? Oh, ich bin anstrengend ohne Auto. Können wir nicht möglichst, möglichst Rucksack voll herstellen. Einmal frei. Da ist ein Fahrzeug. Da ist das sofort Dörfchen her. Oh, hier gibt's auch viel. Das ist... Hä? Ich bin ja gleich hier da. Hier oben. Na klar. Ich nehm mir auch Fahrzeug. Demin. Wie zum... Du... Du fickert... Du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst. Ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace? Keine Sorge. Denk an Keith. Keith... Keith holt die ganze Zeit nur. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein, 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 nein. Erst noch mal Geschichtsstunde. Hör zu! Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Buxer, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage, antwortest du. Klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha-Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner. Aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat seinen Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Hm, der Schatz. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Hm? Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben, aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht rödeln, Jace. Hm? Hau rein. Viel Glück. Jo, jo, der Hals mit mir. Jetzt bin ich gerne noch eine dritte Wappe besorgt. Ein paar Stuhl. Ah, weiß gar nicht, woher ist er. Ah, scheiße. Na gut. Ich glaube, ich werde es jetzt erleben. Ja. Integrieren. Pass auf. Ich brauche ihn nicht. Chinesen, Japaner, Briten. Nein! Oh. Die Insel gehört jetzt uns und so soll es verdammt nochmal aufnehmen. Äi, 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 was kommt da, was hab ich zuge? Ey, verfein mich nicht, Junge. Uh. Ah, schießt immer noch, huiuiuiui. Lösch doch, Junge. Ach, jetzt hab ich ihn. Na komm, heile. Immer noch. Junge, Junge, Junge. Heißes Spielchen. Heißes Spielchen. Das wird echt doof, wenn du das ins Menü musst. Jetzt müsst ihr euch wie anders durchgehen. Gut. Nein, voll. Warte mal. Das ist meine dritte Waffe. Die ist meine. Die ist nicht meins. Das ist schoddy. Gut. Dann nehm ich Loberti noch mit. Medikamenten sind voll. instal. Oh. Nein, weg. Das ist das, was ich immer. Weil ich nicht vor mich grillen... jetzt bin ich immer noch. ist eigentlich kein Ziel. Das ist das, was ich immer noch mit... ...hergern. Das.. und das.. 病. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gut, das kann ich nicht mehr einsammeln. Da hat noch ein bisschen Geld für mich. Hey, Batterien, also, um die Dicke sein. Das kann ich auch gebrauchen. Nicht. Gut, voll wärmen, voll wärmen, voll wärmen. Oh, ich habe Angst, dass ich überhaupt nicht überrascht werde. Das kann das gut. Shit, th ochう. Scharfschützen. Ich muss langsam machen. Was für die Scharfschützen eigentlich gedacht? Aber ich habe es ja schon von Weitem aus gerottet. Wo ist er? Einmal bei, das läuft ja heute wie Öl, ey. So, kann man noch was danach laden? Ja, ne, hier nicht. Da ist Stocheltrottilein. Das ist ein Big Joe. Oh mein Gott. Von daher. Na, mal nachladen. Gut, Big Joe besiegt. Jetzt noch ein bisschen Munition sammeln. Oh. Da habe ich noch eben noch Muni. Aber ich habe die doch schon, das Riesenvieh. Genau, die ist wieder voll, die Muni. Eine Schutzweste. Kommt bestimmt noch was Großes dazu, wie ich so eine Weste jetzt bekomme. Genau, wieder voll mal. Wunderbar. Gut, hier ist noch einer. Komm mal in Piratenlager vorbei und überquere die Brücke. Scharfschütze nicht mehr, das ist nicht schlecht, gell. Das ist auch zu ihr brauchen. Ach, ne. Was, hier muss ich sehen? Ach du Scheiße. Was, bole, Alter. Wau. Bole, alter. vor dem Tod, Junge. Das ist nämlich doch der Scharfschutz nicht mehr. So, da machen wir uns mal von hinten. Ein Mann und zeig dich! Dieses Mal kriege ich dich, das schwöre ich dir! Wenn ich dich finde, schlitz ich dich auf! Zusammenreißen! Das kannst du doch! Ich glaube, wir sind mit Feuer drauf hier! Das sind echt viele! Ich bin weg! Ich bin weg! Ich bin weg! Komm, ich brauch deine Muni! Dein Molotov! Ich bin weg! Jetzt hab ich's! Das Dach ist ne Möglichkeit! Ich bin weg! Aha! Ich bin weg! Ah! Das ist unreichlich! Und Geld lässt sich ordentlich machen hier! Cool! Und Munition voll! Ich latsch nochmal nach! Da ist nochmal Munition! Haben wir frei! Gut! Geld nehmen tue ich gern! Nochmal 3 und 3 Stoller! Ich probier den Kompass! Genau! Jetzt hast du nämlich zwei Teile! Die passen alle beide rein! Ja... Cool! Jetzt seh ich gespannt wohin! Ah! Ja, ist sehr nett hier. Ich habe so das Gefühl, da kommt noch was. Das ist keine Sackgasse, oder? Holy shit. Naja, aber erst mal da oben gucken, oder? Nee, doch nicht. Ich habe immer da, wo Licht ist. Was ist das? Das räuchte aber schon. Ach, ich gehe weiter. Das geht ja nichts. Wow. Der große Schatz. Wow, Snake. Ey, hört doch mal auf mich an zu fressen. Sei doch krank. Oh. Kein Plättchen mehr. So, der große Schatz. Ist hier was für mich? Ah, ich will den Tempel gar nicht plündern. Ich will nur meinen. Ats. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Weil du damit richtig liegst. Oh mein Gott. Wow. Krass. Das ist ein chinesischer Tempel. Oh ja, Gott. Oh. Da war lange keiner mehr hinten. So. Na, da komme ich sicher nicht raus. Nimm den alten Fahrstuhl und noch tiefer zu. Was ist denn mit den Schlangen noch los? Was haben die denn für ein Problem? Ja, das chinesische Dächer. Das ist cool. Wow. Das merke ich, wow. Mistig, ey. Woher weiß er, dass er so dran ziehen muss? Ach, das Ritterring. Oh, das ist der Dritterring. Cool. Bin ich jetzt richtig? Ja. Ja, ja, ja. Renn, Chase. Uh. Meine Kasse. Macht das Spaß. Das gibt schon wieder. Nee. Du bist mein Lieblingsschüler. Hey, lass mich einfach in den Ritterring. Jetzt machst du die Ansagen? Das denkst du? Hector. Sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr. Also, bau schnell alles ab. Und dann schlitz Kiez von oben bis unten auf. Warte. Warte. War was, Kumpel? Scheiße. Du sagst, wie es läuft. Ah. Hector. Gute Nachricht. Ich habe wohl wieder Kontrolle. Fast schon, Kiez. Ja. So. Bist du mit dem Deutsch schon weiter? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut. Fast geschafft, Sir. Du kriegst doch deine Erbreitung mal vor. Dann bau das Kompostteil ein. Ganz. So. Teil Nummer drei. Sehr gut. Jetzt ist er perfekt. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Oh. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Oh, ein Pünktchen mal wieder erhalten. Zeit lang. Jetzt auch meine Fähigkeit. Oh, nee. Ich habe ja schon zwei. Da war ja was. Tattoo ansehen. Na, ich wollte es mal ansehen. Wie geht das jetzt? F. Mit F schaltest du deinen Gegner über einen anderen Erklimper und Kander aus. Einfach XP pro Kill. Drücke um das Fadenkreuz, um das Fadenkreuz beim Zielen mit einem Zielfernrohr viermal länger stabil zu halten. Auch nicht schlecht gehen, aber sicher, du verringerst den Schaden, den du bei Stürzen erleidest. Ich kenne mich. Eine bessere Treffsicherheit mit LMG ist Scharfschützen und Sturmgewehren. Halt, warte mal. Äh, du verringerst den Schaden durch Feuer. Ich nehme das jetzt einfach mal. Aber ich bin sehr feuerempfindlich. Gut, wie weit haben wir es jetzt? Wo ist er? Da ist er. Wo muss er hin? Da muss er hin. Gehen wir mal ins Amanaki-Dorf. Da bleibe ich jetzt auch. Na, wo geht's da raus? Ach da. Das ist gar nicht das Amanaki-Dorf, das ist das Ding, was ich befreit habe. Als erstes. Glaub ich. Aber ist egal. Gut. Äh, speichere ich nochmal, oder? Ja, speichere ich nochmal, gut. Ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Und dann, ciao, ciao. Ja, ciao. Euer Halt. Ja? Ja-Ja? Ja, ich Ihnen auch hier beiden bewegen, ja. Ja, weil ich ihn Abend unterstütze, ja. Ja, ichiras stattfass dich ja. Dann auf Strategien. Ja, ich ratze. Vielen Dank.